In der Fotografie liegt super viel Fokus auf der genutzten Technik, deiner Kamera, deinem Objektiv. Und auch wenn das durchaus relevante Aspekte der Fotografie sind, habe ich über die Zeit drei verschiedene Tipps oder Herangehensweisen gelernt, die ich besser als jede teure Kamera finde. Als Fotografen neigen wir dazu, uns irgendwann halt ein Label zu geben. Sei es jetzt, ich bin Landschaftsfotograf, ich bin Portraitfotograf. Von mir selber würde ich zum Beispiel sagen, dass ich eher Streetfotograf bin. Und dadurch wird es dann halt zu unserem vorrangigen Thema, dass wir hauptsächlich fotografieren. Um aber wirklich Fotos zu machen, die so ein bisschen mehr aus der Masse herausstechen, finde ich sehr praktisch, wenn du verschiedene Genres miteinander kombinieren kannst. Also auch wenn ich jetzt sage, ich bin Streetfotograf, mache ich bestimmt nicht nur klassische Streetfotos, weil ich oftmals auch ein bisschen abstraktere Szenen fotografiere oder halt jetzt Menschen nicht immer als Hauptfokus habe und manchmal auch einfach Straßenszenen fotografiere, wo gar keine Menschen drinnen zu sehen sind. Und dadurch erschaffst du halt sehr eigene Fotos und erschaffst auch so ein bisschen deinen eigenen Stil dadurch. Und auch wenn ich jetzt das Wort Stil generell ein bisschen überbewertet finde in der Fotografie, grundsätzlich ist es halt schon so, dass die Kombination von verschiedenen Elementen irgendwann auch zu so einem Herausstellungsmerkmal von dir selber werden kann. Also zum Beispiel James Popsey, das ist ein englischer Fotograf, hat auch einen YouTube-Channel. Und der hat ja zum Beispiel schon seit Jahren über dieses Konzept von Human Nature geredet, weil er quasi eigentlich Landschaftsfotograf ist, aber in seinen Landschaftsfotos sehr häufig halt irgendwelche menschliche Elemente einbindet, weshalb das halt da nicht so klassische, epische Landschaftsaufnahmen sind, sondern eher so ein bisschen unscheinbarere Fotos, aber halt was, was sehr persönlich für ihn halt eigentlich ist. Und du kannst jetzt davon halten, was du willst, so mir gefällt auch nicht jedes Foto, das er macht. Ich finde vieles irgendwie ein bisschen so nichtssagend. Aber generell ist es halt so eine interessante Mischung aus verschiedenen Genres, weil es ist nicht so wirklich die klassische Landschaftsfotografie, die du dir vorstellst. Aber es fällt auch nicht wirklich in irgendein anderes Genre jetzt gezielt rein, wo du sagst, okay, das und das ist eigentlich das Genre, das er fotografiert. Was aber völlig egal ist, weil es ist eigentlich so sein eigenes Genre. Und halt genau diese Herangehensweise, dass du halt quasi dich nicht irgendwie an irgendwelche Definitionen festkettest, ist was, das jeder für sich selber ohne Probleme umsetzen kann und das völlig unabhängig von deiner Ausrüstung ist. Und das kannst du auch mit jeder Standard 0815 Kompaktkamera machen, die ein paar hundert Euro gekostet hat. Wichtig dabei ist halt nur, dass du dich nicht von irgendwelchen Möchtegern-Fotografen reinreden lässt, die dir dann irgendwie erzählen wollen, dass es nur diese eine Definition gibt und dass du nur das eine Ding fotografieren darfst, weil es dir als Fotograf völlig freisteht, welche verschiedenen Themen du miteinander kombinieren möchtest und du auch ohne Probleme dein ganz eigenes Genre erschaffen kannst. Um wirklich gute Fotos zu machen oder besser zu werden in der Fotografie, ist es viel wichtiger, regelmäßige Wiederholungen zu haben und regelmäßig zu üben, um Erfahrungen aufzubauen und nicht einfach nur für kurze Zeit immer all-in zu gehen. Also zum Beispiel jemand, der halt zwei-, dreimal im Jahr in Urlaub fährt und dann auf dieser Urlaubsreise oder zwei-, dreitausend Fotos macht, aber die restliche Zeit des Jahres seine Kamera eher im Schrank verstaubt, der wird sich viel weniger als Fotograf entwickeln wie jemand, der jetzt halt nicht so intensiv viel fotografiert und vielleicht auch wenige Urlaubsreisen macht, aber wenigstens jede Woche, jeden Tag mit seiner Kamera irgendwie unterwegs ist und halt regelmäßig fotografieren geht. Das ist so ähnlich halt, wie wenn man ins Fitnessstudio geht. Du kennst bestimmt die Leute, die top motiviert sind und dann einfach einmal irgendwie gehen, den ganzen Körper für drei Stunden durchtrainieren und einfach für fünf Tage Muskelkater danach haben und dann aber halt, weil es so anstrengend war, super unregelmäßig gehen und vielleicht am Ende im Jahr auf 20, 30 Trainingseinheiten kommen und jemand, der das viel gelassener angehen lässt und pro Trainingseinheit vielleicht weniger trainiert, aber dafür halt regelmäßiger geht und zwei-, dreimal die Woche halt im Gym ist, der wird halt über die Zeit gesehen auch deutlich fitter werden und deutlich mehr Muskeln aufbauen als jemand, der halt so intensiv, aber nur sehr sporadisch trainiert. Und damit du siehst, dass das auch mit der Fotografie funktioniert, bin ich gerade dabei, selber einen Selbstexperiment zu machen, wo ich jeden Tag mindestens 5000 Schritte mit meiner Kamera in der Hand durch die Stadt machen will. Und in den ersten Tagen habe ich durchaus schon festgestellt, dass ich irgendwann in den 5000 Schritten immer irgendwann den Punkt habe, wo ich irgendeine spannende Szene mal finde. Und nicht, wenn ich mein aktuelles Tempo beibehalte, auf jeden Fall auf einige sehr coole Fotos kommen werde. Aber das Selbstexperiment ist auf jeden Fall noch nicht abgeschlossen, von daher, wenn du Updates dazu nicht verpassen willst, dann auf jeden Fall Kanal abonnieren. Natürlich ist mir bewusst, dass nicht jeder den Luxus hat, jetzt jeden Tag 5000 Schritte mindestens machen zu können mit seiner Kamera, weil du in deinem Leben andere Verpflichtungen hast als nur die Fotografie. Aber mir geht es halt eher darum, dass du dir versuchst, einen Rhythmus zu schaffen, um halt regelmäßig mit der Kamera halt irgendwo hinzugehen, weil das meiner Meinung nach halt definitiv dazu führt, dass du über die Zeit deutlich besser in der Fotografie werden wirst, ohne dass du dir irgendwelche Gedanken über teures Equipment machen wirst. Mein letzter Punkt hat vielleicht auch so ein bisschen Überschneidung mit dem ersten, aber es geht halt darum, dass du Fotos machst, die dich auf jeden Fall persönlich extrem ansprechen. Ich habe da zum Beispiel ein Beispiel aus Madrid, weil ich da regelmäßig an einer Tür vorbeigekommen bin, die mir halt extrem in Gedächtnis geblieben ist, weil das halt so komplette grüne Fassade war. Und die halt auf dem Weg zu einem meiner Lieblingsorte in Madrid, dem Retiro Park gewesen ist. Und objektiv betrachtet ist das jetzt kein wirklich herausragendes Foto. Das ist eine 0815-Aufnahme, die nicht besonders in irgendeiner Art und Weise hervorsticht, bis halt auf den Fakt, dass ich damit eine persönliche Erinnerung verbinde und dadurch halt das Foto für mich selber einen gewissen emotionalen Wert hat. Und solange du halt jetzt nicht irgendwelche Auftragsarbeiten abliefern musst, ist das das, was Fotografie für mich vorrangig sein sollte, was das dich halt persönlich anspricht und nicht irgendwas, das du halt nur machst, um irgendwie Likes auf Social Media zu generieren oder halt irgendeine andere Art von Zuspruch brauchst. Natürlich weiß ich, dass so ein Foto auf zum Beispiel Instagram jetzt nicht groß irgendwie Beachtung finden würde, weil es nicht dieser klassische, in Anführungszeichen, Instagram-Banger ist und es da halt andere Foto und andere Motive gibt, die halt deutlich besser performen würden. Aber ich habe halt gemerkt, dass es zu einer extrem toxischen Beziehung zu deinen Fotos führt, wenn du die nur danach bemisst, wie viel Likes und wie viel Engagement die halt auf Social Media erzeugen. Und ich deshalb ja zum Beispiel auch gar kein Instagram mehr mache und nur noch Fotos hier auf YouTube teile. Und selbst da weiß ich bei vielen Fotos, dass die jetzt nicht besonders herausragend sind für jemanden wie dich, der dem Kanal zuschaut und keine emotionale Bindung zu dem Foto hat, weshalb du auch bestimmt 80, 90 Prozent meiner Fotos gar nicht zu sehen bekommst. Ich aber mit vielen meiner Fotos einfach eine persönliche Erinnerung verbinde oder halt einen Bezug zu einem gewissen Ort halt habe. Und aufgrund dieser emotionalen Verbindung mit meinem Foto bin ich halt selbst zufrieden damit und dann ist mir halt der Zuspruch anderer relativ egal. Natürlich hört man nie gerne negative Kommentare, aber ich bin jetzt auch nicht darauf aus, halt immer mit meinen Fotos immer nur positives Feedback zu bekommen, weil ich selbst halt einfach glücklich bin mit der Aufnahme. Ähnlich kannst du das ja auch mit diesem Konzept von Human Nature, was ich vorhin hatte, sehen. Auch James Popsey ist halt ziemlich zufrieden dann halt mit seinen Fotos und sagt so, das ist das, was ihn interessiert und das, was ihn anspricht. Und ja, das mag manche Leute geben, die das auch spannend finden, andere Fotografen, die damit gar nichts anfangen können. Aber grundsätzlich geht es ja darum, dass er sagt, okay, ihn interessiert das und das ist halt so ein Themengebiet, dass er das halt verfolgt. Und das halt auch dann wieder aus diesem persönlichen Antrieb herausmacht und nicht, weil er halt irgendwie damit dieses Engagement von Social Media haben will. Deshalb finde ich zum Beispiel auch Medien wie YouTube oder Fotobücher oder Blogbeiträge oftmals deutlich interessanter, weil du da in vielen Fällen noch die Gedanken von den Fotografen zu den Fotos dazu bekommst und auf Social Media das halt meistens sehr komprimiert ist. Es aber sehr häufig deutlich interessanter ist, noch ein bisschen Kontext zu den Fotos zu haben und halt zu hören, was sich der Fotograf jeweils bei den einzelnen Aufnahmen gedacht hat. Aber auch hier gilt wieder, ich finde, es ist deutlich wichtiger halt, diese Fotos zu machen, die für dich selber halt eine persönliche Bedeutung haben und zu denen du halt einen Bezug hast, weil du mit solchen Fotos halt eine viel tiefere Verbindung halt einfach aufbaust und es dabei halt auch wieder völlig egal ist, ob du das mit irgendeiner Billigkamera oder mit der krassen teuren Leica aufgenommen hast, weil das Motiv hier wieder viel wichtiger ist als die genutzte Technik. Und damit hoffe ich, habe ich dir ja so ein bisschen gedankliche Anregungen geben können. Wenn du trotz alledem wissen willst, mit was ich tagtäglich fotografiere, das ist alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten hoffe ich, hat dir das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach's gut.